Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute den 12.11. und ich war endlich einmal in die Bibliothek hier, also in der Stadt und so, und habe mir Bücher ausgeliehen und zwar, da habe ich schon angefangen, ich habe keine Lesezeichen, deswegen das Mauspad, gerade einmal dieses Buch, Über uns der Himmel, unter uns das Meer, von, ja keine Ahnung wie sie auch, Jojo, Mo, Yes, irgendwie so und Liebe und Bederben, das ist das nächste Buch, was ich mir ausgeliehen habe und ich muss jetzt das, also ich werde jetzt Bäder putzen, wenn wir mich da hinten aufräumen und ich werde schauen, dass ich eben hier das dann noch wegräume und da aufräume, dass ich schwarzen Bleasen auf jeden Fall machen kann und dann mal schauen, was sonst noch so läuft. Ich muss ja wieder morgen und übermorgen arbeiten und da möchte ich eben gern so viel wie möglich geschafft haben hier und erledigt haben, dass ich da, so dass wir am Wochenende nicht mehr so viel zu tun haben auch und heute Abend geht es dann wieder ins Karate, Freitag war gut, was mich ein bisschen nervt ist, dass Momentan extrem viele Freitag jetzt da sind, weil eben neue Probetraining gegeben hat und da alles und ja, da weiß ich nicht, ob ich vielleicht auf den Donnerstag umsteig, anstatt immer Freitag zum Karate zu gehen, aber es ist ja gehopst wie gesprungen, Allerdings kann ich Freitag sowieso nicht gehen und werde eben da jetzt die Woche den Dienstag, Donnerstag gehen, ist ja kein Problem. Den Anzug musste ich jetzt bei meinen Schwiegereltern waschen, das ist, wenn man solche Nachbarn hat, kann man nur den Kopf schütten und hatte da eben keine Lust gehabt, Fragen zu gehen, wegen dem Zeug, da muss ich aber morgen hin, dass ich meine Waschkarte aufladen kann, genau, da ist nämlich kein Geld mehr drauf, die das normalerweise macht, ist nämlich im Spital und jetzt übernimmt es jemand anderes dann und ja, vorne rum tut sie extrem freundlich und hinten rum, ja eben nicht ganz so, also wir vermuten es einfach nur, dass sie sich beim Verwalter wegen irgendeiner Lappalie beschwert hat, anstatt eben zu uns zu kommen, mit uns kann man ja nicht reden, nein, das geht nicht und Also, der Hund möchte raus, mache ich die auf, bitteschön und ich würde mal sagen, ich höre auf zu quasseln und fange einmal an, das Bad zu putzen, das sieht nämlich schräglich aus, ähm, ja, genau, das sind noch von Nika die Handtücher, wo sie gebadet worden ist und ja, das Bad wird jetzt geputzt, genau, und dann kommen eben die Schwarzfliesen und eben da diese Ecke, Sieht nicht so schön aus und ich weiß nicht, ich probiere es einfach mal, ich möchte versuchen, die Orchidee zu retten, beide, werde da ein bisschen schneiden, aber ich glaube, die kann ich wegschmeißen, aber ich probiere es einfach mal, ich hoffe, dass sie vielleicht doch noch irgendwie wieder kommen, warum auch immer, vielleicht schaffe ich das ja, dass sie wieder ein bisschen sprießen und grün werden, wenn ich sie wieder mehr gieße und geschnitten habe und alles, genau, und ja, ich habe jetzt genug gelappt, ich lege einmal los mit dem Bad, genau, bis klar. Ich wollte euch nur schnell zeigen, was ich meinen Bad putze, ich habe hier zum trockenen Putzlappen von B5-Badreiniger, dann ist hier ein Glasreiniger und WC-Reiniger, genau, das sind die Sachen, mit denen ich, ähm, das Bad putze und ich würde mal sagen, ich lege jetzt endlich mal los. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich bin fertig, alles aufgeräumt, der Boden ist noch nass, ich weiß nicht ob man es sieht da hinten, genau, alles schön aufgeräumt, geputzt, ist noch nicht alles, erst mal im Tal, ein Bad, Flur und Wohnstube, der Rest kommt dann wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich Donnerstag Nachmittag oder Freitag, genau, wie ich Lust hab, und das was ich nicht mehr, also wozu ich wirklich keinen Bock mehr hab, mach ich dann am Samstag, genau, wenn nach Haare sehen schrecklich aus, also da, da ist blond, muss halt da noch ein bisschen warten, so, bisschen verdeckt, genau, und ich wollte euch noch was anderes zeigen, ähm, ich hab mir dieses Jahr ausnahmsweise mal einen Adventskalender geholt, und, äh, und in den letzten Jahren hab ich das ja nie gemacht, und, ähm, jemand hier, weiß nicht ob man es sieht, genau, kleinen Moment, also, ich hab mir diesen Adventskalender gekauft, genau, man sieht doch von wo der ist, ne, und Mika hat sich grad hier gemütlich gemacht, deswegen muss ich grad kurz runterbrechen, die wird sich unbedingt da hinlegen, und ich freu mich jedenfalls, ähm, schon auf den ersten Jander, da das erste Türchen, werd mir eventuell, je nachdem, schrecklich die Haare, je nachdem vielleicht noch einen holen, ich weiß es aber noch nicht genau, einfach nur aus Spaß, ne, und keinen besonderen Grund, warum ich zwei bräuchte, nein, ich weiß es noch nicht, vielleicht tun wir auch für die Dame im Adventskalender, muss ich mir noch überlegen, aber das werden wir wahrscheinlich eher erst so ein bisschen später tun, wenn die günstiger sind, das ist ja meistens so, vierter, fünfter Dezember, zumindest im Qualipad weiß ich, haben sie dann 50% drauf, und dann kann man sich das schon nochmal überlegen, ob man sich da einen holt, oder eben nicht, wollte aber von Anfang an einen haben, genau, und ich werde jetzt wahrscheinlich weiterlesen, sobald ich Licht machen kann, ist jetzt ziemlich hart im Dunkeln, und muss sowieso noch warten, bis es trocken ist, dass ich Stühle runterstellen kann, genau, das geht ein Momentchen, ehe es trocken ist, hab vergessen da, ähm, ich sag schon, Balkontür aufzumachen, oder aber ich fange an, das Video zu bearbeiten, wenn morgen und übermorgen, wenn ich dazu auch nicht so viel Zeit habe, ich denke, ich werde jetzt eher das Video bearbeiten, genau, das werde ich jetzt machen, das geht ja ein Momentchen, und ich hätte eigentlich den anderen hochladen wollen, den anderen Vlog hochladen wollen, aber irgendwie, weiß auch nicht, hat es mir nicht so gepasst, weiß auch, egal, spielt keine Rolle, unwichtig, genau, ich wollte was anderes noch hochladen, einen anderen Vlog, aber werde das wohl nicht machen, und, genau, ähm, die Arbeit macht mir immer noch total viel Spaß und wollen, wenn ich arbeiten darf, ich weiß nicht, ob das viele sagen können, dass ihnen die Arbeit wirklich Spaß macht, und alles, und sich darüber freuen, wenn sie einen Tag extra arbeiten, ähm, dürfen, ich habe nämlich den anderen bekommen, und mir wurde, wurde, ähm, gefragt, ob ich dann und dann noch einmal arbeiten gehen könnte, zusätzlich, und da sage ich natürlich nicht nein, und ja, genau, Gibt es sonst noch was für jetzt irgendeine? Mal schauen, wie... Mäuschen... Die ist kurz geschont, eigentlich hatte ich ja vorgehabt, Fotos zu machen, letztes Wochenende, nochmals, weil das erste Mal eben, ja, ins Wasser fiel, quasi, und, irgendwie hatten wir beide keine Lust, nicht Lust gehabt, sondern er hatte, ähm, ja, leichte Migräne gehabt, Kopfschmerzen, nicht weiter will, und deswegen haben wir das verschoben, aber, nächstes Wochenende haben wir dafür eben auch keine Zeit, und jetzt wird's hier langsam wirklich dann arschkalt, und müssen mal dann schauen, ob wir noch irgendwie Fotos machen, so ein paar für Instagram, genau, ich hab nämlich Lust da ein paar Fotos zu machen, ja, das Problem war auch gewesen, dass ich nicht genau wusste, wie, ähm, Timer einzustellen geht, und jetzt weiß ich's, genau, und ja, ich werde mich jetzt aber aus dem Video verabschieden, ich glaube, das geht schon lang genug, und werde das gerade bearbeiten, und, und, das werdet ihr sicherlich in den nächsten Tagen dann zu sehen bekommen, ich weiß nur noch nicht genau, wann, ach, dann werdet ihr ja sehen, wann's online kommt, und so, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag, und eine schöne Woche, und, was, kann heute nicht sprechen, was auch immer noch, wann immer ihr das Video auch seht, so, und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, wehe, wenn ich, ich seh dich, nein, Spaß beiseite, ich freu mich jedenfalls, wenn ihr mir dann auch, auch, ähm, Kommentare oder Daumen nach oben da lasst, und, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, bye, bye!